Vielleicht sollte man da verschiedene kulturelle Darbietungen auf so einer Gala-Globe sehen. Man feiert miteinander und dann verabschiedet man sich. Und dann stellt man fest, oh Mann, das war so super, dass ich mich nächstes Jahr wieder verabreden muss. Also ich denke, es sollte eine barrierearme Veranstaltung sein. Am besten, dass es nichts kostet, weil wenn es nichts kostet, umso mehr Leute kommen. Und vielleicht sollte die Werbung, denke ich, auch so ein bisschen direkter sein. Dass es mehr Leute aus unterschiedlichen Milieus auch anspricht. Und ich denke, das wäre wichtig. Gala ist immer etwas Abgehobenes, was mit Menschen nichts zu tun haben kann.